Hey Freunde und herzlich willkommen zur dritten Folge von Five Nights and Candy! So! Dritte Nacht. So. Ich hab nochmal mich höllisch konzentriert im Vorlauf auf dieses Video. Um dem Affen und dem blöden Pinguin jetzt den Gar auszuschlagen. Und natürlich Candy und Cindy ebenfalls. So, das können wir muten. Das haben wir schon in der letzten Folge gehört. Der redet eh nur Quatsch. So. Und, äh, oh, da sehen wir schon... Okay, der Affe kommt also hier raus. Und er bewegt sich verdammt schnell. Und wir können ja die auch sehen ohne die Nachtsicht, denn sie haben alle so wunderschöne Leuchte-Googies. Ähm. Aber ich nehme an, es gibt mindestens einen Animatronic, der diese Leuchtaugen nicht hat. Und bei dem man sollte, äh, sollte man dann trotzdem mal die Nachtsicht aktivieren. Da ist Cindy. Okay. Hi, Affe. Hi, du doofe Affe. Du bist mir ein bisschen zu schnell unterwegs. Affenarsch. Hä? Hä? Okay. Ich sollte mal ganz schnell hier die Tür zumachen, denn da ist Besuch. Ah, guck mal hier. Das ist doch Foxy, oder? Oder ist das hier der Old Animatronic? Auf jeden Fall ist es irgendein komisches Tier. Ich nehme an, das ist Old Candy. Weil der sieht aus wie Candy, nur ein bisschen gruseliger. Und der Typ am Telefon hat ja irgendwas gesagt von... Es gab einen Animatronic, der war zu gruselig für die Kinder. Und den hat man auf Lager gelegt. Hi. Und ich nehme mal an, das ist der Kollege hier. Was mit dem ist, habe ich keine Ahnung. Aber hier kann man sehen, der hat keine Leuchteaugen. Das heißt, für den werden wir die Nachtsicht benötigen. Okay. Äh, ha. Oh, 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 oh. Da war doch gerade einer. Äh. Oh Gott. Äh. Hi. Es dauert auch nicht lange, da wird hier der Pinguin kommen. Okay. Bisher halten sie sich noch zurück. Oh, da ist unsere Freundin Cindy aus Marzahn. Die ist wieder weg. Okay. Affe, der bleibt auch da, wo er ist. Die bewegen sich relativ langsam da oben. Und, oh, Cindy war traurig, dass ich hier die Tür vor der Nase zugesperrt habe. Und ist wieder auf ihren Platz gegangen. Bist du weg? Schön. Ich finde das Spiel echt cool. Es ist nicht ganz so jumpscareig, wie das Original ist, aber auch nicht so schlimm. Mein Herz wird es mir danken. Also, das ist quasi Five Nights at Freddy's für Empfindliche. Und, ach du. Nein. Das ist unser Tod. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Hi. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist fies. Der hat uns voll getäuscht, indem er sich kaum von der Stelle bewegt hat am Anfang. Und dann in einer quasi Nacht- und Nebelaktion durch das ganze Restaurant geflitzt ist und, äh, mir nichts, dir nichts bei uns vorm Fenster war. Nicht nur das, er hat es eingeschlagen. Sachschaden. Oh Gott. Freunde, Freunde. So. Das heißt, äh, wenn der sich in Bewegung setzt, sollten wir schon rechtzeitig den Rollladen bei uns zumachen. Nein, der braucht jetzt nicht ganz so viel Strom. Alter, Verwalter. Haut der mir hier die Scheibe kaputt. Ich glaube, es hackt. Ich kriege die Rechnung hier wieder am Ende. Okay. Hi, Affe. Unser Charlie. Ah, bist du immer noch da? Ah. Okay. Braves Äffchen. Braves Äffchen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Affe. Affenarsch. Hi. Oh. Vor unserem Fenster ist Candy. Können wir schon mal zumachen. Da kann uns hoffentlich der Typ da oben auch nicht, äh, ah, wo, ah, ist wieder weg. Ah, fuck you. Warum bist du plötzlich so schnell? Mann, ist erst die dritte Nacht. Okay, äh, Affe. So, der ist noch still. Candy. Eigentlich brauche ich hauptsächlich diese Kameras hier. Ich habe jetzt ein bisschen Respekt vor dem Typ, der uns hier eben die Scheibe eingeschlagen hat. Und der wird plötzlich wach und dann ist es auch fast schon zu spät. Hallo. Bist du auf dem Weg zu uns? Oh Gott. Aha. Man hört die ganz leise durch die Gegend trappeln. Muss ich aber höllisch konzentrieren. Die Geräusche sind sehr leise. Aha. Okay, jetzt ist der komische Scheibeneinschläger hier wach. Der randalierende Hooligan. Ich weiß nicht, ob wir den, äh, hier festhalten können, indem wir die Kamera auf ihn halten. Das ist aber unfair. Ah, Affe. Der wird gleich links auftauchen. Der wird gleich links auftauchen. Na, mach schon. Oh nein. Oh, fuck. Oh, nicht schon wieder. Okay. Ich nehme an. Ich habe die Vermutung, wir müssen den mit der Kamera festhalten. Ich werde es mal probieren. Hallo. Festhalten mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oder sobald der wach ist, den, äh, Rollladen zumachen, damit er uns die Scheibe nicht mehr einschlagen kann. Das wäre meine zweite Möglichkeit. Weil das Dumme ist, wenn ich den auf der Kamera die ganze Zeit anbegucken muss, dann habe ich leider keine Möglichkeit mehr für die anderen Kameras. Obwohl ich die eigentlich dann auch nicht bräuchte, weil die anderen kommen ja hier nur durch die Tür. Und wenn der Rollladen eh zu ist, dann kann ich ja eigentlich nur nach hin links und rechts gucken und hier abwechselnd die Türen zumachen. Ah. Und für den brauchen wir eh die Nachtsicht. Also, ich glaube, ob ich jetzt hier die Nachtsicht ständig... Oh, der ist jetzt schon wach, der... Arsch. Arsch. Hi. Oh, der Pinguin. Ich glaube, die Idee haben sie hier aus meiner Stadt geklaut, denn hier gibt es wirklich einen Pizza-Bringdienst, der heißt Pizza-Pinguin. Und das Maskottchen von denen sieht fast genauso aus wie der hier. Pizza-Pinguin. Okay. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach zu. Oh, es ist mir zu... Es ist mir zu heavy. Ich hoffe nicht, dass der auch noch durch andere Türen hier reinkommt. Oh Gott. Jetzt ist eh Candy vor meinem Fenster. Und der Affe auch. Jetzt wird es ungemütlich. Okay. Candy ist immer noch da. Was macht der Typ da oben? Er bewegt sich erstmal gar nicht. Okay, der Affe ist wieder hinterm Vorhang. Das ist quasi der Foxy-Ersatz. Okay. Kurz vor meinem Fenster gucken. Da ist im Moment die Luft rein. Aber hier, der Typ ist mir nicht geheuer. Der bewegt sich so schnell. Ich weiß nicht, ob wir die Nacht so überleben, wenn wir hier den Rollladen die ganze Zeit zulassen. Ich hoffe nicht, dass das allzu viel Saft verbraucht. Oh, der Pinguin kommt. Das Problem ist, ich weiß nicht, was der Pinguin macht. Durch welche Tür er kommt und was er mit uns macht. Ich hoffe, hier gibt es nicht irgendwelche Lüftungsschächte noch, wo der durchkommen könnte. Von neuen Gegnern habe ich immer so ein bisschen Bammel. Gleich ist der doofe Affe wieder da. Okay, das war der. Wo? Warum? Hi, Affe. Okay, jetzt ist er da. Scheiße. So. Affe, 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 Affe. Hey! Jetzt hat er dagegen gehauen. Aber dummerweise war der Rollladen unter. Dummerweise für ihn. Hahaha. Kann ich jetzt hier... Was passiert, wenn er das macht? Moment. Ist er da... Ah, okay. Dann ist er wieder hier oben. Alles klar. Der ist dann wieder an seiner Ausgangsposition. Und ich kann den Rollladen erstmal wieder aufmachen. Okay, da ist Candy. Sobald er wach wird, der komische Typ, Augenblick, den Rollladen runter machen. Und noch schläft er. Okay. Weißt du nicht, der Pinguin, der ist bisher... Weiß nicht. Er ist mir ein bisschen suspekt. Okay, die Luft rein soweit. Es wird wieder ganz schön knapp mit der Batterie. Ich muss ein bisschen sparen. Okay. Drei Uhr. Okay, 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 okay. Leute. Schaffen wir. Ah, fuck. Ah, papp, 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 papp. Jetzt kann ich mal schnell oben gucken. Ah, der ist wach. Das heißt, ich mach jetzt... Na, noch nicht. Der bewegt sich erstmal kurzzeitig... Hier in die Bildmitte. Und dann spätestens müssen wir wieder zumachen, den Rollladen. Denn dann ist er ganz schnell bei uns. Okay, ich muss eh zumachen. Candy ist da. Wenn Candy eh schon da ist, dann macht das auch nichts. Müssen wir auch nicht auf den Typ warten. Oh Gott, die Batterie ist so knapp. Das heißt, er kommt auf... Ja, genau. Spätestens wenn er hier steht, müssten wir dann zumachen. Also wir lassen einfach mal zu. Ah, fuck. So, schön wieder weglaufen. Die Schritte sind ganz leise nur zu hören. So, und gleich wird der Kollege wieder bei uns an den Rollladen schlagen. Und sich die Hand brechen. Dummkopf. Oh, der Hamburger ist so schnuckelig da hinten. Weiß nicht, wenn ich süßer finde. Den Muffin aus Five Nights at Freddy's oder hier den Burger. Okay. Ah ja, alles klar. Und die zweite Hand ist auch kaputt, du Depp. So. Checken. Ist wieder oben. Rollladen auf. Okay, Freunde. Freunde der Nacht. Ich habe bisher keine Ahnung, was der Pinguin hier veranstaltet. Aber irgendwie, der sieht so harmlos aus. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Okay, okay. Okay. Ah, der ist schon wieder wach. Fuck you! Aha. Aha. Ah, der ist schon wieder wach. Ah, fuck. War der gerade vor meinem Fenster? Ja. Habt ihr das gesehen? Das war in letzter Sekunde. Nur eine Sekunde später und der hätte uns erwischt. Der hätte uns schon wieder die Scheibe zerdeppert. What the fuck? Ah, ist das stressig. Moment. Da ist niemand. Da kann ich immer schnell aufmachen. Hier auch wieder. So, der schläft. Hier ist alles... Okay. Ah, nein. 5 Uhr. Zwei Striche noch. Gut. Das haben wir ja in der letzten Nacht auch so gehabt. Oh, der ist schon wieder wach. Shit! Oh, ich muss... Ich mache jetzt zu. Ist mir egal. Der ist mir nämlich ein bisschen zu schnell unterwegs. Oh, ich höre schon wieder... What the fuck? Was willst du denn von mir? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ist dieser Old Animatronic, glaube ich. Ach du Scheiße. Okay, der kommt auch gleich wieder in meinen Rollladen. Oh, was macht der hier? Was macht der mit uns? Ah, da brauchen wir auf jeden Fall die Nachtsicht. Ich glaube, der ist genauso wie die anderen. Nur, dass wir hier halt ihn nicht sehen können. Wegen der... Weil er keine Leuchteaugen hat. Oh Gott. Oh Mann. Diese letzte Stunde. Dankeschön. Oh. Das war mir wieder ein Fest. Und wir bekommen eine kleine Zwischenanimation. Nehme ich mal stark an. Aus der ich sowieso wieder nicht schlau werde. Gleich wird LG daraus schlau. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. So, wir sind wieder irgendwo in einer Lagerhalle. Können die Kamera nur noch... Oh. Das ist dasselbe wie aus Five Nights at Freddy's. Wie hieß denn der noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war doch der Typ aus der Music Box. Okay. Der hat irgendwelche nervösen Zuckungen. Hi. Okay. Irgendwie hat der Typ anscheinend ein Bedürfnis, uns etwas mitzuteilen. Aber ich wäre trotzdem nicht laut raus. Jedenfalls erfolgreich die dritte Nacht geschafft. Mit der vierten geht es weiter in der vierten Folge. Ach, wie passend. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.